So, und jetzt kommen wir zum Donnerstag, den 26. Mai 2016 Heute ist für euch Donnerstag, der 26. Mai, wie gesagt, nicht für mich Um 9.30 Uhr führen wir an der Gedenkstätte der Sozialistischen Sozialisten am Gutrundstraße 20 in Berlin Dann 11.30 Uhr habe ich ein geplantes Mittagessen in Berlin Pavillon Ich habe keine Ahnung, was das ist Ich las es einfach auf mich zukommen, wird interessant 12.30 Uhr, Einfindung zum Sicherheitscheck Denn um 13 Uhr sind wir im Plenarsaal und hören einen Vortrag dann noch an Das ist im Deutschen Bundestag in Berlin Arbeit, Arbeit 14 Uhr habe ich dann Diskussionen mit MDB Im Bundestag natürlich auch Reichstagsgebäude, das alte Reichstagsgebäude Kennt man natürlich hoffentlich, wenn man die Geschichte gelernt hat Und da sind wir dann im Berlin Tiergarten und im Fraktionssaal dann auch noch Ja, also ein Hin und Her, wie man es sehen kann Ab 17 Uhr ab hier und abend zur freien Verfügung rückfahrt zum Hotel Dann habe ich ein bisschen Auszeit Wahrscheinlich werde ich dann das zuschneiden Ich hoffe, ich kann meine Kamera mit rein nehmen in den Deutschen Bundestag Muss ich noch schauen Also ich muss noch schauen, ob ich zu einigen Sachen die Kamera mitnehmen kann Was ihr dabei seid Ja König Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020